Wir sitzen hier zwar in einem Kosmetiksalon mit Bar, nur habe ich bislang noch keine Kosmetikgerüche aufgenommen. Hier sitzen wir direkt gerade im Raucherbereich. Das mag vielleicht die Geruchsknospen ein wenig beeinträchtigen. In der VIP-Lounge. In der VIP-Lounge. Die Ausstellung Menno Feldhuis in Berlin, Karl-Marx-Allee. Salon Barbet. Salon Barbet. Wie würden Sie die beurteilen? Also die Arbeiten von Menno, die sind natürlich in meinem Geschmack. Sie sind expressionistisch, sie sind abstrakt. Je abstrakter, je besser in meinem Geschmack. Es ist Abstraktion wichtig und lässt eben viel mehr Interpretationsspielräume. Nur, also ungeachtet der Arbeiten von Menno Feldhuis, ist dies eben hier keine Galerie. Es ist eben eine Bar, ein Salon, wo natürlich die Hängung ein wenig leidet. Aber das tut der Sache ja keinen Abbruch. Ich denke, dass hier ein guter Punkt ist, um vielleicht andere Menschen, die das sonst nicht so machen würden, die sonst keine Galerien besuchen, an die Kunst ranzubringen. Ich denke, dass hier ein guter Punkt ist.